herzlich willkommen zu unserem nächsten video wir sind immer noch auf seite 36 und zwar mit einer these vertreten und dann kommt eine these aufstellen also die reihenfolge ist meiner meinung nach nicht korrekt also man muss erstmal eine these aufstellen und dann vertreten aber gut es ist wurscht wir werden es einfach mal jetzt mal so lesen und bearbeiten eine these vertreten vertreten man vertritt jemanden vor dem gericht man kann auch eine meinung vertreten also das ist eine gewisse vertreten oder eine meinung vertreten wir stehen dahinter Einige Politiker 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 Einige Politiker